Niemand hat an uns geglaubt, waren quasi ausgeschieden, ein 2-0 gegen den Champions-League-Finalisten aufholen, gegen Kirby, Harder, Kerr, auf keinen Fall, aber es geht um den Sport, um Arbeit, um Fußball, um Leidenschaft auf dem Platz, in den 90 Minuten alles aus seinem Körper rauszuholen, deine Gegenspielerin zu respektieren und deine Mitspielerin zu unterstützen. Hater gonna hate, fuck off, jeder der da ist, wird alles reinhauen, Herz zeigen, gemeinsam, auf dem Rasen, auf den Ringen, niemals aufgeben. Unsere Einstellung ist immer, streben nach maximalem Erfolg, sich mit den besten messen, von Geburt an, das war und ist unser aller Selbstverständnis. Und da stehen wir heute erneut gemeinsam bei der nächsten krassen Herausforderung. In der Champions League, in der K.O.-Phase, im Emirates Stadium in London, in der Volkswagen Arena. Lasst uns gemeinsam rocken, Spaß haben, zweifle nie an deiner eigenen Stärke, glaub an dich, glaub an dein Team, immer hungrig, das sind wir. Das ist der VfL Wolfsburg. Das ist der VfL Wolfsburg.